Hallo Leute Willkommen zu Let's play I want Ich bin die guide der linke Weg Ja, es geht weiter mal Und ich gehe schon wieder runter mit meinem Audio Ja, heute wieder mit Co-Kommentator Nämlich Warum schon auch das immer? Wehmer Ja Ja, nicht wie immer, aber wie meist Wie meistens, genau Ja, wir sind wieder hier Das habe ich auch zu kriegen gemacht Die sind sehr kurzen Tag Uuuuuh, ich bin schon zu Ja, die ich jetzt immer noch nicht wissen Weil die alt-wies nicht geschaut haben Schämt euch Was machen die mit dieser Köpfe? Sie können mich nicht töten Sie können mich aber versteinern Was, by the way, für mich nervig ist Ja, ich weiß Ich stiebe danach automatisch Nope Aber man Das nervige Präzisionsströmung muss Ja Wie man sieht Die zweite Plattform von oben fällt hinunter Ja, das haben wir schon gewusst Ja, das ist eine Hexe Ich bin schon super Ich bin schon super Vorbereitert Non-zul. Ich bin schon super Ich bin schon super Vorbereitert Hehehe Haha Epic-Dramatik-Fail Oder so Ahahaha Danke fürs Runterschicken, du Sofatz Aber es ist gar nicht so schwer Es gibt schwerere als so, oder? Ja, das glaub ich dir Ich weiß nicht, dass ich das ausgehen würde, der Spruch Oder weiß Schon ausprobiert Extra so gemacht Nein, du kriegst mich nicht! Doch Also, du siehst die Hexe hinten Ja, die sehe ich, mit dem Mond Was war jetzt? Ein Aufhänger Sieh, Leute, bis zum Glück bis gleich Yeah, wir sind wieder top-mo, yeah Ja, okay Start mit Vorwärter, wieder mit Orochimaru Wie immer No Okay, wie immer Ich hatte ja auch schon Rennify, äh, Fail in 7 Ähm, Buko 007 und Kratos dabei Also, nicht wie immer Und er grünen mit EOS Aber da war ich dabei, also Zähle ich das jetzt nicht Ja Ja Das ist die Zeit, Werbung Ja Ja Bitte schaut mal auf meinem Channel vorbei Nee, Scherz Das ist der Werbung Fehlenplatz Dies ist Verwerbung Dies ist Verwerbung Oh, das ist auch nicht Haha Nein 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 Das gibt es ja nicht Episch ausweichen, wenn du was fail Fuck Jetzt ist das fair Jetzt muss wirklich fail Ja, diesmal zeige ich euch nicht, was da unten passiert, sonst sprechen wir es noch wieder Und dann habe ich wirklich keinen Bock mehr zum Beispiel Wurde ich einen sehr künstlichen Weg gefunden auf den Film zu kommen Und den höchst den oberen Weg zu gehen AAAAAA Nämlich über Mecha-Berdo Genau Aber dann muss ich dir das gute Ghost machen, dafür hab ich keinen Nerv Ah ja, du bist auch schon vorbei Ui, 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 ui Ja, das ist so leicht wie von... Okay, das wird kein Lipp Haha, ja, das ist so leicht... Ja, das könnte von mir noch erwarten... Eventuell gerne bald... Lol, lol, Videos kommen, also liegt schlecht Wenn ich die... Ich hab mich aufnehmen kann, werde das von mir zu kommen Vielleicht könnt ihr ihr mir ein paar Tipps dazugeben, wie man das aufnimmt Ja, bitte Das wäre sehr gut. NAAA! Ich hab nicht die Reaktion dazu. Zum Glück hörst du noch nichts. Ja, ich hasse mein Headset. Ich glaube, dass ich sowieso skype das da aussetzt. Nee, eigentlich nicht. Und deswegen haben die nie was gehört. Hopp. Hopp. Was ist das Spiel? Nein, da hab ich den Herd nicht verloren. So, die Hexen erfen sich nun wissen. Wie mit User... mit den L-L-L-L-L-Seckers erfen. L-L-L-L-L-Seckers... L-L-L-L-L-Seckers... Ich hab jetzt... L-L-L-L-L-Seckers verstanden. Ja, hab ich auch gesagt. NO! Haha... Springst aufs Meidreide. Keine Ahnung, ich hab Ziel gemacht. Hopp. 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 Ich nimm wieder einen Schnicker auf. Ich guckte nur Sklo. Ich dachte, du hasst dieses Schneiden. Ich hasse das Schneiden, aber wenn ich den ganzen Vater mache, ist es lustig. Auf solche kurzen Sachen, reise Kundenhose hasse. Ja. Diese Mini-Butz-Quanzke-Arbeit. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt schon längst dort sein. Deswegen habe ich mich dort erwartet. Das ist alles. Drüge rein, ich hab' nicht geguckt, ich hab' nicht geguckt. Es weiß nicht. Er failed! Das ist doch noch ein Spiel jetzt. Ich hab' Zeit. Ich hab' Zeit. Ich hab' keine! Ich hab' nichts gesehen! Dann geht's einfach weiter, ich verstehe nicht. Oh mein Gott. Das Spiel wird immer geiler. Das Spiel ist auch schon von Anfang an geil genug. Meiner ist im Mund gegen Versteiner und meine Rente etwas weiter. Warte mal noch mal, ich will noch malen. Wiii! He he he! Glaubst du, muss man auch mal gegen den Donkey Kong am Anfang kämpfen? Beim Intro? Ja, ich hoffe nicht. Aber weil das ja gerade so Keislovania-Style ist, nämlich weiß ich schon unsere liebsten Vossen. Entweder so ein fieses Skelett, wie ihr bald sehen werdet, aus unserem Kolln... ...dass ein Kolln-Leds-Style ist. Oder aber... Oh, wow, das muss gehen! Oder... Hexe! JA! Haha! Oder aber es könnte auch passieren, dass uns ein Dracula drin gibt. Was ich aber nicht glaube. Das bin ich safe. Haha. Wir sehen uns auf die Größe, auf die Höhe der Plattform springen. Ich würde mir irgendwie karen. WUH! So. Ich weiß nicht mehr. WUH! 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 Okay, Drackel! Oh! 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 Ich glaube, das sieht komisch aus. Ich war hier von Menschen, die mir einen Trubat haben. Ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Du stehst Menschen und sie schläfst und sie ihre Schläge. Moment! Schau das Glas an. Das schau anders aus. Was soll ich hier anschauen? Man, ich muss ein Savior, du bist wie du! die auch die 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 Geiler Kampf! Voll episch in der Sieg! Also in Castlevania kann man nur verletzen, wenn man einen Kopf angreift. Und dann nur für seinen Kopf, so wie ich das gedacht habe. Ja, das gibt es jetzt. Epic Music, ey! Geil! Ja, das ist geil. Oh, das Spiel ist er. Schnauhe! Oh, sagt er, Hilfe weiter. Ja, natürlich! Homing After. umgekehrt ein cooler gegner metal sonnig da die wabbeldinger der mich verfolgt aber nicht zu schießen die wabbeldinger überhaupt nein ich sage auch noch nicht gehen und sterbe dabei klar Und jetzt erstmal so schießen wir. Jetzt müssen wir wegschießen. Das ist ja auch so. Jetzt ja auch wieder in einem großen Mond! Was könnte das Kinner machen? Wo? Weg, weg, weg! Bis dahin wegschubsen. Ist ja nicht so. nicht und schießt ja nein du hast zut mir leid nicht kann man eigentlich so passieren probier's aus ich wollte den ausweichen zwei auf einmal kommt gar nicht erscheint doch am an da kann ich nicht recht ja danke naja, das ist der Erdenreich wie hätt ich das jetzt bitte machen sollen das ist aber unfair das Spiel ist unfair ok, steig ich mich an das an, vielleicht wahrscheinlich wieder raus ja, mit sogar so, das wird wieder dieses Homing-Thing Homing-Empfrag Homing-Empfrag Homing-Empfrag-Empfrag Homing-Empfrag nachher zurück die Schlechtig bin Draculat wieder ein langer Ort auch noch auch so liegt er hat 3 und es kommt Oh, jetzt schauen wir uns Death the Cutscene an. Ich hätte es zu hören müssen. Das ist ein Video. Deine Worte sind so fein als deine Säule. Mensch, die Menschen, die sich nicht mehr verändern, nicht mehr verändern, nicht mehr verändern. Was ist ein Mensch? Ich habe es gesehen. Was ist ein Mensch? Ich bin tot. Haha, wie viel das ist? Ich bin tot. Yos. Ich glaube, das ist gut. Boah, ich bin tot. Oh, du hast ein Skill. Jetzt komm, geh doch mal woanders hin. Du hast doch kein Skill, Mann. Ist das wirklich? Ah, nicht so. Jedem auch. Ohohoho. Your Wurperat Amp is your soul. No. 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 Ja, jetzt hat mich das Schwabberding getötetet. Das ist Schwabberding. Die Monster! You don't belong in this world! Die Monster! Hehehe. Ich habe es gesehen. Die Monster! You don't belong in this world! Ja, you don't belong in this world! Ich mag Safestate benutzen. Ja, das wäre leichter. Und jetzt, was ich das macht, kann ich nicht ausfallen. So. No! Okay, ich kann auch schon nicht ausbrechen. Die Monster! Ich möchte nicht die Vorbeige im An制 vonstehen sein! Ich bin nicht von der große Position, aber nicht ausbrechen. Hahaha! Die Allein zu reduzieren. Das ist schon so schlimm. Oh no, oh no, ich kann auch nicht ausbrechen. Dass ich jetzt so mache. Das ist wie es jetzt noch gut. Dich, Monster! Du gehst nicht in dieser Welt! Noch viel mehr Platz! Drei Sachen! Ach so, ein brennender Mond! Was ist noch? Oh Gott! Pfe服eten. Aber nicht... Certified. Gut. Wir waren jetzt eine schwöre... Ich hab sie töten mich... JA, klar! Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? 30 Minuten. Was? Null? Ja. Mein Gott. Haha, ein Gebrochener.